Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, beim Bericht aus Afro zu Gast, Madeleine Hempfling, die parlamentarische Geschäftsführerin der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Es geht um die April-Sitzung im Thüringer Landtag. Was ist positiv gelaufen die letzten drei Tage aus Sicht der Grünen? Ich glaube, positiv lässt sich festhalten, dass wir hier noch mal sehr intensiv auch über Energiepolitik diskutiert haben. Wir haben ja jetzt in der letzten Woche den endgültigen Atomausstieg. Und jetzt gilt es natürlich, das haben wir in der Aktuellen Stunde auch noch mal versucht, hier ziemlich deutlich zu machen, darum in Thüringen die erneuerbaren Energien auch zügig auszubauen und voranzutreiben, um eine tatsächliche Energiewende einzuleiten. Wir werden heute noch über das Kindergartengesetz diskutieren. Wir werden endlich die praxisintegrierte Ausbildung für die Erzieherinnen und Erzieher festzuhren und dafür auch finanzielle Mittel zur Verfügung stellen. Es wird die Möglichkeit geben, dass Tagesmütter und Väter sich zusammenschließen können und auch gemeinsam die Betreuung von Kindern sicherstellen können. Und wir haben ein Rettungsdienstgesetz eingebracht, in dem wir zum Beispiel auch über den Telenotarzt und die Ausgestaltung des Ganzen reden wollen. Also ein buntes Potpourri an durchaus sehr wichtigen Dingen, die wir auf den Weg gebracht haben. Ein großer Zeitaufwand wurde heute auch betrieben für die Einrichtung des Untersuchungsausschusses wegen der Stellenbesetzung und der Praxis dazu nach der Kritik des Landesrechnungshofes. Wie fällt denn die Position der Grünen dabei aus? Naja, der Untersuchungsausschuss ist aus unserer Perspektive durchaus ein Mittel, mit dem man da für Aufklärung sorgen kann. Und die CDU hat sich diese Woche während des laufenden Plenums entschieden, dazu einen Einsetzungsantrag zu stellen. Wir haben als Rot-Rot-Grün dann heute gesagt, wir wollen da jetzt nicht noch ewig warten. Und wir wollen vor allen Dingen auch das Spiel der CDU nicht so wirklich mitspielen, das permanent in die Länge zu ziehen, damit sie irgendwie jede Woche noch eine Schlagzeile produzieren können. Und haben deswegen heute beantragt, diesen Untersuchungsausschuss auf die Sitzung, auf die Tagesordnung zu setzen und auch dann tatsächlich einzusetzen. Wir haben dazu noch einen Änderungsantrag gestellt, haben noch ein paar Präzisierungen vorgenommen und der ist heute dann eben auch eingesetzt worden, der Untersuchungsausschuss. Und jetzt müssen wir halt schauen, was es da aufzuklären gibt. Wir sind weiterhin auf dem Standpunkt, dass unsere Landesregierung da nach Recht und Gesetz gehandelt hat. Und das Gegenteil müsste die CDU uns jetzt im Untersuchungsausschuss beweisen. Aber ein Untersuchungsausschuss ist ja auch durchaus dazu da, um zu sagen, es ist doch nicht so falsch gelaufen, wie jetzt gerade öffentlich behauptet wird. Ein drängendes Thema im Land ist für die Kommunen und Landkreise im Augenblick die Finanzierung der Folgen der Flüchtlingsfragen, beziehungsweise die Finanzierung der Flüchtlingsfolgen. Wir haben im Vorfeld mit Michael Prichzi geredet, dem Präsident des Gemeinde- und Städtebundes Thüringen, der nochmal darauf verwiesen hat, dass bei den Kommunen einfach nicht genügend Geld ankommt überhaupt. Sagen Sie mal so, um die Sachen so zu bewältigen, wie sie vielleicht bewältigt werden müssen. Wie ist denn die Fraktion der Grünen, Bündnis 90 der Grünen, wie stehen Sie dazu? Na, ich sehe das ein bisschen ambivalenter, glaube ich, als Herr Prichzi. Das ist jetzt vielleicht auch nicht überraschend. Wir haben erst vor kurzem die Flüchtlingskostenverordnung angepasst. Da sind auch mehr Gelder eingestellt, als sozusagen vorher drinne waren. Also auch da gab es eine Erhöhung der Erstattung der Kosten der Kommunen. Ich bin mir immer nicht so ganz sicher, woran es eigentlich gerade tatsächlich hapert. Also liegt es wirklich am Geld? Das möchte ich immer ein Fragezeichen dahinter machen, weil wir in den letzten Jahren sukzessive auch in der Finanzierung der Flüchtlingsunterbringung, Betreuung etc. pp. mehr Geld reingegeben haben. Oder liegt es auch vielleicht daran, dass wir in Verwaltungsstrukturen vielleicht an vielen Stellen nicht weiterkommen? Also ich glaube, da würde ich Herrn Prichzi dann erstmal anbieten, dass wir nochmal darüber reden, wo es eigentlich gerade hakt. Weil aus meiner Perspektive das Geld da tatsächlich auch aufgestockt wurde. Und wir müssen natürlich als Land auch nochmal zusätzlich mit dem Bund ins Gespräch kommen. Weil auch da ist noch die Frage, welche Finanzierung von Bundesseite tatsächlich noch kommen. Und wir werden da natürlich auch mit der ganzen Diskussion um Fachkräftemangel, wie qualifizieren wir Geflüchtete, die zu uns gekommen sind, werden wir natürlich auch Neuerungen gerade aus dem Bund bekommen, die natürlich auch finanziert werden müssen. Das steht außer Frage. Aber pauschal zu sagen, die Kommunen hätten nicht genug Geld, das würde ich so jetzt erstmal nicht unterschreiben. Es sind vier Monate vergangen. Ein Drittel des Jahres ist bereits um. Wie fällt die Bilanz aus? Das Regieren ist nach wie vor anstrengend im Thüringer Landtag. Das ist, glaube ich, auch nicht überraschend in dieser Minderheitskonstellation. Nichtsdestotrotz, glaube ich, haben wir auch trotz dieser schwierigen Situation doch einige Sachen wirklich wichtig auf den Weg gebracht. Wir haben einen Haushalt. Jetzt könnte man sagen, darüber war das ja wohl selbstverständlich. Aber es ist halt in dieser Situation nicht selbstverständlich, dass es einen Haushalt gibt, der tatsächlich auch dafür sorgt, dass insbesondere die Kommunen gut ausfinanziert sind. Auch da gab es wieder eine Aufstockung für die Kommunen finanzieller Natur. Ich glaube, wir haben die Energiekrise, in der wir uns befunden haben und auch immer noch befinden, sehr gut abgefedert. Auch da kriegen wir positive Rückmeldungen von den Betroffenen, da wo wir Einfluss nehmen können als Land. Wir haben viel über öffentlichen Personennahverkehr, auch wegen des neuen Euro-Tickets, jetzt 49 Euro-Tickets diskutiert. Auch da sind wir, glaube ich, an vielen Stellen weitergekommen. Da haben wir einen Antrag durchgebracht, der auch nochmal klarzieht, dass wir natürlich neben der Tatsache, dass wir es günstiger machen wollen für die Leute mit so einem Ticket, auch die Taktung, also auch das Bereitstellen des öffentlichen Personennahverkehrs viel stärker in den Fokus genommen werden muss, damit eben auch die Menschen im ländlichen Raum davon profitieren können. Wir haben in dem Bereich der Bildung viel, viel diskutiert und auch auf den Weg gebracht. Momentan wird sehr intensiv über die Lehrerinnenausbildung gesprochen, auch über die Quereinsteigerinnen. Also wie schaffen wir es, die große Lücke, die wir haben bei den Lehrkräften auch tatsächlich zu füllen. Das nehme ich durchaus konstruktiv wahr im Landtag. Aber es gibt natürlich auch viele Baustellen, die noch offen liegen, wo es hier gerade schwierig ist, sich zu einigen. Am Ende nehme ich aber schon wahr, dass, wenn es den demokratischen Fraktionen wichtig ist, wir es auch schaffen, tatsächlich was gemeinsam auf den Weg zu bringen. Und das merkt man vielleicht nicht unbedingt immer so nach außen. Ich habe der Blick nach vorne. Am Donnerstag veröffentlichten die Tageszeitungen der Funke Mediengruppe, die Thüringer Tageszeitungen eine Umfrage. Die Grünen haben nicht dazu gewonnen. Die AfD steht bei 28 Prozent. Ihre Koalitionspartner haben in der Summe auch verloren. Was machen wir damit? Ich glaube tatsächlich, dass wir in einer sehr schwierigen Position sind. Einerseits, was Thüringen an sich angeht und die Regierungskonstellation. Aber wir sind natürlich auch seit fast drei Jahren in einem dauerhaften Krisenmodus. Das kommt bei den Leuten natürlich auch jetzt deutlich an. Gestiegene Lebensmittelpreise, die Inflation haut bei allen rein. Und ich glaube tatsächlich, dass wir an vielen Stellen eine starke Verunsicherung haben. Ich kann nicht nachvollziehen, warum die Leute auf die Idee kommen, dass die AfD das besser lösen könnte. Da habe ich große Fragezeichen, weil wir erleben die AfD hier eher als destruktives Moment und nicht als konstruktive, lösungsorientierte Partei. Zudem muss man sich halt ernsthaft die Frage stellen, warum 28 Prozent der Thüringen auf die Idee kommen, dass eine rechtsextreme Partei, die eigentlich die Demokratie verachtet, in vielen Teilen hier ihre Probleme besser lösen kann. Aber nichtsdestotrotz hilft es, glaube ich, nicht nur darauf zu schauen. Ich glaube, wir müssen uns auch die Frage stellen, ob wir tatsächlich mit der Art und Weise, wie wir gerade Politik machen, die Menschen erreichen. Und da muss man selbstkritisch rangehen. Ich würde tatsächlich sagen, es fehlt wahrscheinlich auch in unserer Kommunikation, in dem, wie wir momentan auch agieren, ein Stück weit die Hoffnung darin, dass zum Beispiel Rot-Rot-Grün was gut macht oder besser machen kann, als es bisher läuft. Und ich glaube, da müssen wir tatsächlich auch ran und müssen uns gemeinsam überlegen, wie wir das auf den Weg bringen und auch in einem einigermaßen geordneten Wahlkampf nächstes Jahr starten. Ich kann nur immer wieder an die Menschen appellieren, mit den Abgeordneten auch ins Gespräch zu kommen dazu, weil ich glaube nicht, dass die Antwort auf die Probleme ist, dass wir eine rechtsextreme Partei hier zur stärksten Kraft in einem Bundesland machen. Das wird keine Probleme lösen und das wird im Endeffekt auch für die Leute nicht gut werden. Madeleine Helmfling, parlamentarische Geschäftsführerin der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.